Hallo, mein Name ist Angela Hänseler. Wir sind hier im Reitstall St. Leonhard im Dominikus-Ringeisenberg. Hier wollen wir in der Mitte von Ostberg einen Begegnungsort für Mensch und Tier schaffen. Bisher bieten wir hier heilpädagogisches Reiten und tiergestützte Therapie mit Pferd und Hund an. Zu uns kommen Menschen mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung. Das Therapieangebot wird an die Möglichkeiten der Klienten individuell angepasst. Unsere Tiere leisten hier Unglaubliches. Grundlegend ist zu sagen, dass der Zielgedanke bei jeder Therapie die Erhöhung der Lebensqualität ist. Die Therapie fördert unsere Klienten körperlich, emotional, geistig und sozial, steigert das Selbstwertgefühl und sorgt für innere Ruhe und Entspannung. Leider werden unsere Angebote nicht von Kostenträgern und Krankenkassen refinanziert. Deswegen müssen unsere Klienten die Einheiten aus eigener Tasche bezahlen, aber haben oft nicht genug Geld zur Verfügung. Es ist phänomenal, wie die Tiere unseren Klienten gut tun. Die Pferde haben weder Erwartungen noch Vorurteile. Dadurch fühlen sich die Menschen angenommen, getragen und verstanden. Jeden Tag sehen wir an den freudestrahlenden Gesichtern unserer Klienten, wie gut ihnen das Angebot tut. Und das macht uns auch glücklich. Es motiviert uns jeden Tag aufs Neue. Was kannst du mit deiner Spende Gutes tun? Du kannst Therapiestunden für Menschen mit Behinderung ermöglichen. Du kannst die bestmögliche Versorgung und Pflege für unsere Tiere sicherstellen. Du kannst kreative Projekte und den Ausbau unserer Angebote unterstützen. Möglichkeiten gibt es viele, ob als Einzel- oder Dauerspende. Informier dich unter drw.de spenden. In jedem Fall hilfst du uns jetzt mit deinem Like.